Willkommen, Erntaljulinger, wollte ich schon sagen, Elden Ring Jünger, ich bin euer Fio, ich bin Elden Ring und wir haben hier vorne einen Silberschlein und eine Magierin, wie heißt, und immer ein Boss für uns. So, oh, da ist eine Peitsche, okay. Oh, ey, dein Dolch kann eine Peitsche sein. Interessant. Oh, okay. Nehmen wir alles dann gut mit hier, vorsichtshalber. Gut, scheinlich mal. Vielleicht können wir eine Heilung wieder, falls wir nochmal einen Gegner besiegen sollten, falls er in einer auftaucht. Hat er das Loot? Ne, da oben sind Schleime. Der braucht aber auch viel zu lang zum Aufstehen. Deswegen seid ihr leider keine Gefahr. So. Ach, Elden Ring. Manchmal ist es echt wunderschön, also der Anblick, Definitivistik. Wir sind zwar wirklich, dass wir in einer Höhle sind, aber hey. In einer Höhle. Sterne. Mega nice. Coole Idee. Oh, guck mal, das ist mal so ein Skelett. Keine. Also, hier müssen wir nochmal gegen so einen Soldaten kämpfen. Oh. Ich wollte meine Laterne nicht dann machen. So. Äh, so. Und ich will den Boss witzig besiegen. Oh, kann man den auch von hier aus schon besiegen, bekämpfen? Äh, man kann einen Boss einfach so an der Seite abschießen schon, bevor man überhaupt den Boss rumtritt. Dann kannst du einfach runterballern und dann, ja, einfach den Sieg einfahren, sag ich mal. So, wir haben hier unseren Boss. Und jetzt mach ich mal was, was ich nicht machen würde. Wir legen einfach alles ab, was wir haben. Oh, die Tilesmänner. Oh, ich hab den Tilesmänner die ganze Zeit noch drin. Oh, wir lassen den drin, können wir mehr ruhen. So. Geh nackt da rein. Weiß immer unseren strammen Körper. Bisschen blutig zwar, aber hey. So. Wir gehen hier rein. Dann sind wir da nur einen einzelnen Slime. Und der wird einfach jetzt zu uns. Ha ja! Der ist wirklich ganz mies. Jetzt ruf ich meinen Ritter. Und der kann ja in der Welt zum Müll. Was ist, wenn ich mich jetzt eigentlich ausrüste? Rüste der sich dann auch was? Oh, er will zu mir. Darf mich wohl nicht ausrüsten? Ah, ja. Finde ich lustig. Komm, Ritter, mach mal was. Ich krieg' auch keinen Schaden, ey. Okay. Äh, so ist meine Keule. Keule, 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 Keule. Aua, ich krieg' glaube ich gerade Schaden. Ich glaube. Ich kriege mal eine Probe. Äh. Bogen. Noch unsere Pfeile rein. Und dann die Mosken noch hier an. So, was machst du jetzt? Du bist mit Stein nach mir? Was kannst du? Schon ein bisschen mies. Oh, hast du schon keine Heilung mehr? Oh. Warte, ich habe mich nicht. Ich habe mich, äh... Heia! Oh. Nee, er lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Ich habe mich selbst besiegt, du. Imitator-Trainer. Und Silbertränen-Maske. Cool. Tschüss. Ach ja, ein schöner Bossfighter. Ach ja, ich mag ihn. Wenn man das weiß, kann man so eine coole Sache machen. Bin ich gerade über den... Hä? Äh. Oh, ich habe den Bug. Ich bin ja gerade auch... Ich dachte gerade auch, ich bin irgendwie... Ne, ich kann den... Ich kann schon wieder nicht... Oh. Ich kann schon wieder einen Bonfire nicht nutzen. Äh... Und... 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 Sofrier? Keine Ahnung, welchen war ich denn da? Ich geh mal da hin. Ja, find ich komisch immer wieder. Was das halt passiert. Ich will nur mal einen blöden... Ich will das in den Ort der Gnade nutzen. Du darfst nicht. Hm. Weiß ich, warum das passiert. Das ist mir jetzt schon wieder ein paar Mal passiert. Ein paar Mal. Ja, wirklich ein paar. Also zweimal. Deswegen, keine Ahnung. Komisch, aber... Ist ja jetzt in dem Fall dann nicht so tragisch. Bleiben die tot, oder was? Oh, ne. Oh, nicht getroffen. Aua. So, dann, äh... Ich treffe sie nicht. Okay. So. Ruhe mit dir. Oh, dann gibst du nur deine Handschuhe. Cool. Hehehe. Also, vorsichtig ist aber heilen. Die Unterwelten sind groß. Guck mal, wir haben das hier alles. Hier. Dann haben wir hier noch was. Dann steht ja hier. Oder ist das? Das ist ja auch nochmal ein Gebiet. Ich weiß nicht, ob das so... Ich meine, es gab drei Gebiete hier unten sogar. Wäre krass, wenn... Das hätten wir jetzt noch gar nicht gesehen. Und darum, die haben die anderen beiden auch gerade angefangen zu erkunden. Und so, weißt du. So, darf ich mich jetzt an meine Gnade setzen? Ja, darf ich endlich. Cool. So. Jetzt geht's. Jetzt können wir weitergehen. So. Haben wir irgendwo coole Dinge. Die ich gerne noch haben möchte. Da sehe ich jede Menge Zeugs. Da sehe ich ein Ort der Gnade. Weißt du, was so ein Ort der Gnade ist? Äh, ja. Hier vorne war ich irgendwo, glaube ich. Ja. Boom. Erwischt. Schmiedestein. Loot, den ich niemals kriegen werde, oder was? Ich finde doch, dass man Loot nicht von unten so... Looten darf. Teilweise. Alter! Wenn da jetzt kein Fußball ist, ne? Ja, natürlich nicht. Bin nicht sauer, wollte ich sagen. Also bin nicht sauer. Ja, das soll die Vögel Vögel sein. Wird, dass wir heute den Tarsmann drin sind, wenn wir mehr Ruhen kriegen. Eine ewig lange Brücke, wo nichts passiert. Sehr merkwürdig. Oh, guck mal da. Ja. Dann war es ein Schmetterling, ja. Sag ich ja. Die fliegen hier einfach so rum. Die kriegst du hier einfach en masse. Zwar cool, aber... Macht einfach so die vorigen Dinger einfach so obsolet. Weil man sich dann fragen, dass es ja warf. Wie habe ich die irgendwie sammelt? So. Ja, da ist der Endboss von dem anderen Gebiet. Von dem Todesgebiet hier. Ja, ja. Und hier... Können wir... Oh, die alte Welt. Wo wir schon waren. Da sehen wir sogar den Elch noch. Wenn wir gekämpft haben. Oh, komm hier. Äh, ja. Fun Fact, wir können nochmal an Elch spät kämpfen. In diesem Gebiet. So, und hier laufen so als normal rum. Cool. Äh, will ich die Brücke erstmal weiterlaufen? Würde ich sagen, ne. Wo laufen wir die Brücke erstmal weiter? Ich weiß am Ende der Brücke ja irgendwas cooles. Hoffentlich. Hoffentlich hat sich der Weg gelohnt. Weil wir finden auf dem Rückweg irgendwas cooles. Kann das mal nicht so... Ja, aber... Können wir... Können wir... ...hinten da runter droppen vielleicht, oder? Dann können wir wieder hier hin. Wir haben ja sogar eine Ebene über ihm. Hm. Da vielleicht Loot ist. Weiß nicht. Auf dem Rückweg finden wir auch nix cooles hier. Okay. Wow. Toll. Danke dafür, Spiel. Äh... Sonst ist hier auch nix. Nur ne. Aber wie man vielleicht gesehen hat und wie mein Hinweis ja vermuten lässt, dass hier nochmal ein Elch gibt. Wir können auch wieder Feuerschein aktivieren. Müssen wir aktivieren, um gegen diesen Elch kämpfen zu dürfen. Anwachsene, Schmetterling. Okay. Wollt ihr kämpfen? Hier mit auch um 50 Millionen Tieren dabei. Oh. Okay, okay. Wir machen erstmal eine Combo. Und dann bist du tot. Und die Tiere sind weg. Oh, guck mal, ist da ne Singerin. So. Nehmen wir mal Nummer 1. So, ich glaub ich kräfte jetzt. Ja, genau. Ich darf jetzt hier sogar nochmal ein Pferd rufen. Wieder in dem Bereich. Warum auch immer. Wir sind von Dungeon in Open World. Obwohl wir auch in Dungeon waren. Es ist sehr, sehr komisch hier. So, was erzählst du hier? Fürst des Blutes, eure Eminenz. Ich flehe euch an. Gewährt mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Lang lebe die Mogavin... Winn-Dynastie. Lang lebe die Monaguin-Dynastie. Wieso was? Okay, also er ist voll auf dem... ...Fad des Blutes. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ne? So, da ich mein Pferd nutzen darf. Will ich aber mal ein bisschen aktiver hier sein. Äh, hier kann ich runter. Will ich das? Ne, ich glaub gerade nicht. Weil ich hier noch keinen Checkpoint habe direkt. Ich will nicht alles das Ganze nochmal... Obwohl, da vorne hab ich eigentlich einen Checkpoint gehabt, ne? So weit wäre der Lauf dann noch nicht. Lauf die Dinge. Oh, hier haben wir noch eine Schale, die wir aktivieren können. Okay. Flamme entzünden! Flamme entzünden! So. Ich glaub jetzt mal, dass sechs Stück jemanden entzünden muss. Also, da ist es schon. Ja, sechs Stück schön. Oh, hi. Weil ich weiß, dass ich glaube, ich ihre Hörner droht. Ich weiß was. Vielleicht ganz cool ist. Aua! Aua, 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 aua. Das hat aber ganz schön schade gemacht, ey. Oh, ich bin ein bisschen... ...gestuck, z' Hilfe. Ich hab dir hier. ...komische Wuffen, das so, okay. Noch mehr. Nicht getroffen. Upsi. Wo kommt die denn alle her? So, hier? Ah, ihr hängt. Ich kann doch auch nicht schlagen, verdammt. ...komm, du bist auch noch da. Mach dich auch noch weg. So. Der Scharfschütze trifft scheinbar nix. Du hast nix von deinen, äh, toten Kollegen scheinbar gelernt. Weil die hatten einfach länger Zeit zum Lügen, weil die hier halt tot sind. Okay, du kannst noch einen Charge-Angriff, okay. Okay, okay, ich mach ihn weg. Ui, ui, ui. Du kannst aber coole Sachen. Leider hab ich dich gerade erledigt. Du kannst das nicht, weil du keine glühenden Hanna hast. Du drückst einmal Loot wiederbekommen. Äh, Loot. Okay, äh, Flaschen wiederbekommen. Sehr nice. Okay. Auch noch so eine Sänger-Tante. Jetzt auch nochmal rein. Kommen wir hier. Können wir quallen. Okay. Brauch schon ewig mehr gesehen, quallen, ne? Wo geh ich hier hin? Will ich hier sein? Äh. Da geht's runter. Okay. Nicht mehr mal den Loot. Kein Schmerzschlüssel, okay. Soll ich das Problem nicht mehr hier wegkommen, oder was? Ach, hier ist noch eine Fahrt. Ich glaube, ich geh gerade woanders hin. Ja, ich glaube, ich geh gerade in dieses Gebiet rein. Wollte ich da gar nicht hin. Noch nicht. Hallo. Okay. Das ist aber noch der Gnade. Das ist ja nett. Nehme ich da natürlich mit. Also, ich wollte aber eigentlich wieder zurück. Dann kann ich das vielleicht noch. Das ist ein Gegner. Darf hier sogar noch mit Pferd reiten? Krass. Die Quellen einfach nur so ein Leuchtfeuer sein sollen. Für Leute. Wollte ich mit dem Pferd hier rüberspringen? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich auch nicht hier runter. Ich würde mich vielleicht hier irgendwie hochglitschen. Ich brauche einen professionellen Glitscher. Oh, gerade knapp. Oh, ich würde erstmal hier alles fertig machen, bevor ich weitergehe. Oh, du bist scheinbar die am Waffen oder was? Aua. Oh, ja. Ich würde gerne da weg. Danke. So, äh. Wo kommt der her? Wo kommt der? Scheinbar. Okay, ich finde gar nicht so viel zu sein. Oh, ich glaube, ich habe gerade hier einen Kopfschmuck bekommen. Ach, es sind drei. Was waren es denn? Es sind zwei. Oh, ich glaube, ich habe gerade gesehen. So, da ist noch einer. Komm, tot. Hey, jetzt ist klar. Hey, wir kriegen hier die Rüstung von denen. Und hier ist noch so ein Hörsch. Äh. Ahnengeist, so. Also so ein Ahner. Also scheinbar, dass ihr die vergattert habt, die euch echt nicht gut um die gekümmert. Oder es gab eine Pest oder so. Deswegen, dass das ist, wie es ist. Oh, guck mal da. Der ist jetzt gebufft scheinbar. Durch sie. Alter, wie fällst du denn aus plötzlich? Dann ruft ihr einfach ihre Freunde, weißt du? Aua. Oh. Bin der Beste, wir knochen schon wieder. Okay. So. Ich bin voller Blut. Wie, wie, wie. Oh, meine Horte Gnade. Nehme ich gerne mit. Danke. So, und dann geht's hier auch noch mal weiter. Ach, guck mal, hier sind wir jetzt über der Statue, die wir gesehen haben. Die waren ja vorher da drüben. Da drüben. Irgendwie da drüben müssen wir gewesen sein. Ja, da waren wir. Ja. Genau da drüben waren wir. So, wir haben jetzt wie viele von den Dingern angezündet? Ich weiß nicht. So, was haben wir hier oben? Ja. Das ist auch nett. Danke. Oh, jede Menge Rehe, die um mich hin und her springen. Okay. Was haben wir hier? Darsteine ganz viele. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich mit denen mache. Ist da jetzt aus dem Kopf raus? So. Okay, wie viele haben wir jetzt? Ne, da muss ich da gucken gehen für, ne? Ach, komm, jetzt haben wir mal eine Sonne. Krieger's Liegen. Ah, ungefähr noch zwei Stücke haben wir noch. Vor uns, die wir aktivieren müssen, für den Geist. Oh, und da haben wir wieder so einen Wolf. Okay, nerviger Wolf voraus. Hey. Scheinbar. Aua. Aua. Hey, ja, ja. Kein Heilen. Aua. Und da ging ja ein Tunt Klett daneben, letztendlich. Ach, habe ich schon. Ach, habe ich schon, ne? So. Zack. Zack. Einmal uns nochmal. Man fährt auch wieder fast voll. Was jagt ihr denn alles hier, ey? Bestienblut. Hallo. Treffend. Danke. So. Was habt ihr denn hier bewacht? Haben wir mal Bestienblut? Okay. Will man hier Bestienblut hier bekommen? Haben wir es auf dem Kopf, wenn ich das hole? Scheinbar nicht. Okay. So, das nehmen wir mit. So, da kriege ich nochmal ein Heilungchen wieder. Jetzt haben wir ein Feuer umbewacht. Haben wir. Na gut. Nehme ich mit. So, dann haben wir da noch diesen komischen Tempel, ne? Ja. Wie gesagt, habe da ist bestimmt ein Boss. Ah. Weiß ich jetzt noch nicht, ob da wirklich ein Boss ist. Äh. Aber hier scheint das Ding anzubeten. Oh, mit Ratten. Oh, zwei von denen. Ja. Alter. Ich würde gern hier weg. Alter, ich würde. Ich stehe jetzt mal mit. So. Zack. 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 Ein wachsender Schmetterling. Habt ihr die Leiche von dem, von der gefressen? Oder ist die runtergefallen? Hat ja auch noch irgendwas gehabt. Hey, ihr habt mich schon wieder vergessen teilweise. Das ist ja eine Ratte. Oh. 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 Und daran wachsender Schmetterling auch. Jetzt nichts besonderes. Oh. 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 Geh mal zurück zu dem Arngeist. Oh. Warte. Wie viele Runen brauche ich? Oh. Oh. Fast 200.000 inzwischen. Uff. Okay. Dann. Wollte ich gerade sagen. Ja. Level ich nochmal eben schnell. Aber ne. So kriege ich das glaube ich nicht hin. Im Level. So. Gehen wir einfach mal hier hin. Ignorieren wir die alle einfach mal. Die waren wirklich da rum. Okay. Machst du noch wie ein Geisterteil die die hier oder so? Ne. Aber ich berühre dich einfach mal. Und suche dich heim. Oder suchst du mich heim? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht ob ich meinen Geist bei ihm rufen darf. Schauen wir doch mal. Ich könnte mich hier auch immer buffen ne. By the way. Schau mal. Schau mal in eine Rune rein. Dann machen wir. Goldener Schwur. Schutz des Erdenbaums. Äh. Segen des Erdenbaums. Segen des Erdenbaums. Leveln uns. Nehmen die Waffe zweihändig. Und gehen rein. Ja. Ich darf ihn rufen. Okay. Okay. So. Da ist er. Okay. So. Bumm. So. Habe ich gerade auch mitbekommen. So. Komm her. Nicht nochmal heilen. Okay. Okay. Du spawnst wo? Da hinten. Okay. Aha. Und glaube ich dein Kollege damals nicht so. Und zack. Haben wir dich. Haben dich. Sehr schön. Echo des königlichen Ahnens. Okay. Der gibt mir ein Echo. Der gibt mir ernsthaft ein Echo. Ich. Wir sind doch normal so Huhnträger oder nicht. Was? Äh. Warte nicht. Auf der Seite. Da. Ehm. Mit Hilfe. Fingerlesern die Macht des Namen. Okay. Wenn Erdenbaum gehauen ist. Äh. Aha. Okay. Uff. Wir haben jetzt mehr als wir auch haben. Ne. Uff. Muss ich mal schauen. Was der mehr so gibt. Uff. Uff. Wie viele Huhnen haben wir? Ein paar. Cool. Hier sollt ihr jetzt einfach nur Tod haben liegen. Okay. So. Dann gehen wir zurück. Dann cooler. Kann ich jetzt nochmal berühren. Aber wahrscheinlich ist es wie immer. Dass es einfach keinen Anführungszeichen Sinn hat. Gut. Ja. Das war auch mal eine schöne angenehme Folge. So. Leveln darf ich immer noch nicht. Äh. Ich wollte eigentlich auch. In die Tafelrunde. Wir gucken. Angucken. Was wir für die Sachen da kriegen. Stimmt. Hab ich noch gar nicht gemacht. Äh. Herr Fingerleserin. Äh. Frau Fingerleserin. Die Finger sind immer noch steif. Zum Himmel geneigt. Mit. So. Äh. Heldenrüstung. Hast du da was Neues? Oh. Radarsrüstung oder was? Ja. So. Dann nehmen wir uns die mit. Dann machen wir Radarsrüstungskaufen. Jawohl. So. Was gibst du mir? Einen Schwingen groß holen. Okay. Ist das eine Großaxt oder ein Talisman. Mit dem wir FP wieder kriegen. Cool. Erwecken wir halt den Schimmersteinstab oder die Zabberei. Bei ihm kriegen wir das Schwert oder die Feuer. Oh. Bei ihm kriegen wir die Schwerter oder den Bogen. Uff. Bei ihm kriegen wir. Worte fehlen. Fesselt viele Gespenster die Gegner verfolgen. Oh. Ist auch ganz geil glaube ich. Eieieiei. So viele coole Sachen. Aber 5 Stück. Wir haben jetzt so viele Orte mehr die wir machen können glaube ich. Aber wir müssen uns langsam entscheiden was wir nehmen. Oh no. Na gut. Ähm. Boah. Ansonsten. Äh. Daufe Frage. Will ich dich jetzt eigentlich hier wieder treffen? Oder hörst du jetzt wieder hier in Nockron rum? Wir gehen mal eben hier hin. Gucken wir mal eben. Ich will eigentlich die Quest von ihm fertig machen. Deswegen. Ich will seine Quest eigentlich auch fertig haben. Er hat uns ja jetzt schon mal immer geholfen. Obwohl wir ihn gar nicht getroffen haben. Wir haben ja Fingerstoffen. Schnipsen eingesetzt. Da. Ich weiß nicht mehr. Ist zu lange her. Äh. Wer mich fragt steht er da nicht. Ne. Ne. Er steht da nicht mehr. Dann ist er jetzt vielleicht wirklich wieder hier. Dass wir ihn äh. uns rufen können. Falls er da sein sollte. Falls. So. Einfach hier so ein riesiges Loch drinnen. Schon irgendwie cool. Was sich die Welt verändert. Aber da war jetzt auch kein Ort glaube ich. Wo irgendwas cooles dabei war. Hat sich das eigentlich jetzt. Oh. Guck mal. Die Statue ist jetzt weg. Okay. Dann war es doch also. Das die Katakombe. Ne. Die uns da die Statue angezeigt hat. Okay. Wir müssen aber nur ein paar mal neu laden. Oder was. Also rumreisen. Gut. Guck mal ob er jetzt hier ist. Das sehen wir noch nicht. Aber ich habe goldenen Code gefunden. Hm. Wir schnipsen einfach mal. Hm. Ne. Geht nicht so aus. Was? Sind die die ganze Zeit schon hier gewesen? Hey Bea du hast dich verhört. Keiner da. Jetzt vielleicht irgendwas anders noch. Schauen wir mal. So. Hier könnten wir noch hoch. Oh. Glaub ich vorher auch. Ne. Wir gehen mal hoch. Hey. Ach komm. Jetzt sind Fliegerdinge jetzt. Das war glaube ich nicht vorher da gewesen. Oder? So. Hier hatte ich ja was getan. Vielleicht. Ne. Ne. Noch ein paar Wölfe und ein paar Magier. Alles beim Alten geblieben. Okay. Alles gleich. So schön. Die Karawane ist auch noch da. Mit all ihren kompletten Spielern und so weiter. Oh komm. Lass mich immer wissen. Habe ich mal treffen können. Habe ich mal treffen können. Alter. Du immer mit dem. Power. Okay. Du bist derjenige. Power. Okay. Also ein Quit Treffer von ihm. Ich glaube nur wissen. Ja er hier. Halt. Einen Schlag aus. Okay. Immerhin. Gut. Das wollte ich nur wissen. So. Gut. Gut. Eine Frage wurde schon mal antwortet. Ich weiß gar nicht was den ganzen Status unter unserer Ausdaueranzeige ist. Weiß ich echt nicht. Wird leider einem vom Spiel auch irgendwie nicht erklärt. Leider. Ja gut. So. Dann würde ich sagen. Äh. War es heute eine kurze Folge? Jo. War es heute eine kurze Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir hier oder da weiter. Mal schauen. Weiß ich nicht. Erstmal nach hier. Also. Haut rein. Ciao, ciao.